Das Wort dem Kollegen Volker Kauder. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach einer langen und intensiven Beratung können wir heute ein Gesetzgebungsvorhaben zum Abschluss bringen, auf das viele Menschen in unserem Land gewartet haben und warten. Es sind diejenigen, die auf ein Organ warten, das ihnen Leben retten kann. Wir hatten schon bisher ein Transplantationsgesetz, das allerdings, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, die in dieses Gesetz damals gesetzten Hoffnungen nicht hat erfüllen können. Manches war dafür eine Ursache. Das ganz Entscheidende aber, glaubten Frank-Walter Steinmeier und ich, die dieses Thema vorangetrieben haben, hänge auch damit zusammen, dass wir nicht häufig genug und intensiv genug an die Menschen herangegangen sind, um sie aufzufordern und zu motivieren, Organe zu spenden. Es war eine schwierige Abstimmung. Und ich sage allen Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit gemacht haben, die die vorbereitenden Gespräche geführt haben, einen herzlichen Dank. So kann es heute möglich werden, dass wir im Deutschen Bundestag eine breite, große Mehrheit für dieses neue Gesetz bekommen. Und diese breite und große Mehrheit ist ein erster wichtiger Schritt dafür, um den Menschen zu zeigen, wir nehmen ihre Sorgen ernst, aber wir haben auch eine Lösung gefunden, wie wir denen helfen können, die dringend diese Hilfe brauchen. Wir haben neben einer verbesserten Struktur in unseren Krankenhäusern, ganz entscheidender Punkt, auch die Krankenkassen mit ins Boot bekommen bei den offenen Fragen der Finanzierung. Und wir haben unsere Haushälter auch dafür gewinnen können, dass sie zugesagt haben, die notwendigen Mittel für die Information, die gemacht werden muss, auch zur Verfügung zu stellen. Und so werden wir jetzt immer wieder regelmäßig an die Menschen herantreten und sie bitten und auffordern, sich zu überlegen, ob sie nicht doch Organspender werden wollen. Wir haben uns für diese Entscheidungslösung entschieden, weil wir in solchen hochsensiblen Fragen gerade keinen Druck ausüben wollten, nicht direkt und nicht indirekt. Es gibt kein Recht darauf, dass jemand von einem anderen ein Organ verlangen kann. Und wir wollten auch nicht, wie in anderen europäischen Ländern, eine Widerspruchslösung, dass die Menschen widersprechen müssen, wenn sie etwas nicht wollen. Sondern darin waren wir uns in allen Fraktionen einig, wir wollen die Menschen motivieren. Und das heißt, sie nicht zum Widerspruch zu motivieren, sondern zum Ja-Sagen zu motivieren. Und dafür sollen jetzt die Voraussetzungen mit diesem Gesetz geschaffen werden. Wir haben heute Morgen in den Zeitungen gelesen, dass angeblich ein großer Teil aus der Fraktion Bündnis 90 Grüne gegen dieses Gesetz oder mit Enthaltung stimmen will. Dies ist nicht der Fall. Sondern es gibt einen Punkt in einem zweiten Teil des Gesetzgebungsverfahrens, wo es um die Organisation geht, beispielsweise die DSO, wo es Fragen gibt. Dazu wird der Bundesgesundheitsminister nachher sicher noch etwas sagen. Da wurden Verbesserungen erreicht. Aber richtig ist auch, dass wir mehr Transparenz und auch mehr dafür sorgen wollen, dass offene Fragen geklärt werden. Ich freue mich sehr darüber, dass dieser Punkt, wo wir etwas nicht ganz einer Meinung sind, Frau Kollegin Scharfenberg, dass der nicht dazu führt, dass das andere, nämlich die große Botschaft, jawohl, wir machen mit dem heutigen Tag einen wichtigen, großen Schritt dafür, dass wir in der Organspende auf freiwilliger Ebene motivierend vorankommen. Das ist eine gute Botschaft für viele, viele betroffene, kranke Menschen in unserem Land. Applaus Ich gebe Ihnen zunächst noch Ich sage Ihnen, vielen Dank.